Das Problem ist ja, wir haben uns ja auf folgendes berufen. Es ist eine Regel hier im Staat, die besagt, dass für eine Partei, für eine Partei X quasi, wie die jetzt von Hermann Lentsch da vorne, maximal 12 Personen vorgesehen werden. Die Gegenpartei bzw. Mediziner, Polizisten und JVA-Mitarbeiter ist egal. Ich würde sagen, wir trinken erst mal eine Runde Schnaps von dem Herrn Wieser-Bolkowski oder wie auch immer hieß. Auch die Bullenlof. Habt ihr den mitgenommen? Nein. Hat da wirklich jemand von getrunken? Ja, ich, ich, ich habe mehrere Personen, ja. Weil Haruna hat das gemerkt, ne? Ja, und? Ich sag's nur. Ja, was? Ich war nicht mit Absicht. Wenn jetzt Haruna komischerweise das dem Besitzer sagen kann, ja? Ja, du hast... Wenn, wow, 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 der hat getrunken, also dann... Ne, das nicht, aber wir wissen ja alle, wie das ist. Wenn man unterbewusst wahrnimmt, das ist ja trotzdem blöd. Ja, aber das ist echt schwachsinnig, ganz ehrlich. Wir sind jetzt deszerstört dann einfach den ganzen Spaß an der Sache. Sorry, das ist das. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, hat jemand von euch eine GoPro an? Negativ. Okay, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, jetzt soll's eigentlich mal jeder... ...d contagion. ich frau mal nach ok der loko ist genauso ja trotzdem ich will ich kläre das mit ihm kurz ab ich sage ihm was sache ist und dass wir das nicht akzeptieren die ganze polizei die auch gezogen wird natürlich halt unsere klappe so wie das gespräch und dann wird einfach mal genau ganz klar gesagt was die sache ist so die polizei beschwert sich jetzt aus zu werden nur weil die gesetze so gemacht sind und weil die denken die wüsste immer alles besser also das ist echt immer respektlos und der land zieht es immerhin mal ganz ehrlich gab es überhaupt eine situation mit menschen wo der mensch nicht gesagt hat dass die polizei unfähig ist unkompetent ist dumm ist das sagt er immer das ist die standardsprache mal eine kurze frage hat jemand die schießerei mit der grog street hat die 16 hört kommen wollen wir dann zusammen zum neuen hat die irgendjemand naja das werden wir ja von dem herrn lynch wahrscheinlich selbst oder vom kürtis ja das war das wollen wir uns gleich erstmal in pausenraum treffen ja pausenraum bei der sonnenwende kürtis hat es auch gemacht haben sie alle den freispruch gelesen wo wir noch so zusammenstehen nein moment wir müssen das mal festlegen und wie findet ihr euer neues gebäude sehr schön intervention keine intervention aber wir haben keine müssen mehr auf die 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 wir euch verboten haben das mal was machen wir sehen es nicht ein wir sind hier das wird einfach alles zerstört macht man den kreis ein bisschen größer also jetzt mal ernsthaft ohne scheiß wir haben alle spaß an der sache aber das was der mensch macht das einfach eine unverschämtheit mal ganz ehrlich und dass sowas genehmigt wird ist lächerlich ja zumindest direkt vor dem pd wir können ja nicht unsere arbeit ausführen wir können nicht rein wir können nicht raus haben wir schon wieder so wie ihr es in meinem beitrag im schwarzen brett gelesen habt habe ich in der ganzen verschissenen zeit im hintergrund schon wieder rumgekruschelt und nach möglichkeiten gesucht boogie hier der andere linia turtle der hat versucht das auf auf fritteusen wege zu klären die andere leute nicht mehr eingefallen werden sprich brandschutzverordnung alles mögliche es wurde alles abgeschmettert ich war sogar schon in der küche oben sorry leute ich muss kurz den ton ausmachen das gehört ja einfach gerade nicht so wirklich hin ich kann euch dann nach bescheid geben was ungefähr gesprochen wurde aber das gehört einfach gerade nicht so hin meine ich freue mich äh Also wir machen das jetzt so, ich lasse euch das Gespräch jetzt hier zuhören, aber wenn es ins TS geht, dann muss ich wirklich leider ins Remuten, weil das ist außerhalb des RPs und das gehört dann einfach wirklich nicht hin. Und wenn ich irgendwelche Leute, die rauskommen, Zivilisten krallt, denen sagt, wir sind inkompetent, Vollidioten, können nix, hinten und vorne, das ist halt, das geht halt nicht. Wir haben das auch schon angesprochen, wir können ja nicht mehr tun, wie die Sachen ansprechen, vorlegen, wir versuchen es auf Rösti-Pommes-Art und wir können das selbst auf Rösti-Pommes-Art gar nicht machen. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Vielleicht ist mir mal Zeit geschlossen zu sagen, dass wir nicht mehr in den Dienst gehen, wenn es nicht mehr endet. Genau, wir haben keine Lust mehr. Ich habe schon mitbekommen, dass manche Bürger demnächst eine Initiative auf dem schwarzen Brett starten wollen, wo explizit das Einreise-Visum vom Herr Lentsch quasi nichtig gemacht wird. Wenn das soweit kommt, werden wir ein Teufel tun, euch zu verbieten, dass ihr in der Initiative mitmachen dürft. Das wird nichts bringen, weil einfach das Problem ist, seine scheiß Augen, das ist das Problem, deswegen hat er auch die Zusage, dass wir bekommen, das ist unfair gegenüber den allen Menschen, die hier sitzen. Wir sind alle Personen und der Lentsch steht einfach oben drüber, weil das Epsilon-Programm sich nicht traut zu sagen, nein. Weil es einfach, sorry, dass sie sagen, Pussys sind, wo einfach alles zustimmt. Nein, aber wir müssen trotzdem, stopp, stopp, also trotzdem ein bisschen sachlich bleiben. Ich meine, die Gewürze sind erregt. Nein, das ist, wenn wir jetzt unsere Neutralität verlieren, dann haben sie uns genau da, wo sie uns haben wollen. Ich bin vorher explizit nicht auf Lentsch zugegangen, sondern mir in einem Hintergrund geguckt. Wir müssen erstmal die Anwälte da raus schaffen, dann müssen wir die Gefangene wegschaffen, dann muss man euch wegschaffen. So, ein Gespräch mit Lentsch interessiert mich nicht, weil von ihm sowieso das Gleiche kommt. Und wir müssen einfach unsere Neutralität warnen und gerade bei sowas dürft ihr halt einfach nicht einen coolen Kopf verwarnt, der jetzt Joe Cool sagen. Genau, darf ich jetzt mal was Auflockerndes sagen zum Schluss? Ja. Gucken Sie mal alle von oben, wir haben von ganz allein ein ganz großes Herz gebildet. Oh. Wow, und ich stimme. Leute, noch mal ganz kurz, bleibt locker, so wie es Loco sagt, cool bleiben, Grund hinaus bewahren, immer euren Dienst durchziehen. Der Hightower hat es heute Abend sehr cool gemacht da draußen, er hat auch, die hat sich sehr reserviert gegeben, das war in Ordnung, wir dürfen den Leuten halt nicht irgendwie Pulver geben, der Typ da, der springt da drauf an, ich kann Ihnen jetzt das schon sagen, ich war heute Abend, der Flitzer hinterm PD ist meiner, seit zwei Tagen, juhu. Ich war, mein Auto holen, hatte ein Problem, es kam noch ein ACLS, da hat sich auf einmal eine ganze Meude vermummter Leute dort breitgemacht, auf Motorrädern, so. Oh, komischerweise waren das diese Leute, die bei uns vorm PD standen. Ich kann Ihnen einfach mal diesen einen Satz oder die kurze Konversation von dem einen Herrn mal ganz kurz noch sagen, wo fahren wir dann hin, zu irgendeiner Demo, keine Ahnung, die ist vom Lensch, ja, da gehen wir mal das alles hier blockieren. Ja, super, machen wir alles klar. Ja, und dann sind da immer mehr gekommen, immer mehr gekommen, also dieser Aussagesatz von dem einen hat mir gezeigt, dass da ist wahrscheinlich von der ersten Gruppe 90 oder 80 Prozent überhaupt nicht wussten, was da ist, sondern wenn ich nur hören sage, gebe ihm und irgendwie Scheiße bauen und gut ist. So, wissen Sie, und von daher lasst euch einfach nicht die Lust am Dienst versauen, sondern macht euren Dienst, wenn sowas ist, wir haben immer wieder eine Ausweichmöglichkeit hierher, wenn nicht, muss die Leitstelle sich mal bei dem schönen Wetter halt ein bisschen draußen verdingen, es sind halt dann, ist halt die Laufkundschaft ist nicht da, gut, ich meine, ist zwar schade, aber ansonsten können wir ganz normal unseren Dienst dann auch weiterführen, wenn wir halt überall Steine in den Weg gelegt bekommen, ich habe es versucht über Rösti Pommes, es ging nicht, wegen verschieden Sachen ging es nicht, ich habe alle Möglichkeiten ausgeloadet von Rösti Pommes Seite, es ging nicht, wir hatten gar keine Handhabe und gut. So, wir sind jetzt gerade hier 14 Leute, richtig? Ja. Ich richte das da 45 mal aus. Ich richte den Ort hier extrem, extrem schön. Gut, wir machen jetzt anders, wir bilden jetzt zwei Reihen, zweimal sieben. Boogie und Loco, meine Wenigkeit sind in der letzten Reihe ganz außen. Ja, er hat versucht es im RP zu regeln, aber es ging einfach irgendwo nicht mehr. Ich bin groß, ich muss nach hinten. Ich will auch hinter. Ja, wir setzen uns am besten in der ersten Reihe hin. Ja, bitte, bitte zu uns, stopp, stopp, bitte zu uns gucken und hinsetzen. Welchen Muskel braucht man uns zu hinsetzen? Warte, Fleur, ist ein bisschen enger die Reihe. Kann ich aufstehen? Ja, aber nicht auf meinen Schoß setzen, hallo. Warte, Fleur, ist ein bisschen in der Reihe.